Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, meldet euch bei Draven, anzunehmen bei Tali Nava, in Orivos, auf der Ebene Ring der Schicksale, an dieser Position, und so ein bisschen größer. Wie ihr bis zu dieser Quest kommt, findet ihr in der Beschreibung einen Link. Das nennt sich, wie komme ich zu meinem ersten Pakt. Also da seht ihr wie man bis hier hinkommt und ich glaube noch eine Quest weiter. Aber diese Quest ist jetzt nicht unbedingt nötig, denn man sieht hier Draven hat schon die Folge Quest quasi für uns. Ich nehme dennoch diese Quest auf, einfach um sie euch zu zeigen. So, solltet ihr weitere Fragen haben zu VorQuest oder Folge Quest, habe ich schon erwähnt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Haufen Videos, wo ich euch ganze Questreihen am Stück zeige. Quest ist abzugeben bei General Draven, in Orivos, auf der Ebene Ring der Schicksale, an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Erfolg. Das war die Dachse, okay? Und ...